Muss ich da mit dir hoch? Ja. Oh. Ja, ich bin da. Ohoho. Und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir befinden uns heute im Emsland und zwar sind wir in Haren beim Freizeitpark Schloss Duncan. Im Hintergrund kann man eventuell auch schon die Achterbahn sehen. Ich werde in diesem Video aber nicht viel quatschen, sondern ich werde euch einfach ein paar Eindrücke zeigen und euch mit durch unseren Tag nehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh Gott, da soll ich auch drunter durch? Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh Gott. 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 Bis zum nächsten Mal. Oh Gott. Untertitelung. BR 2018 Ich kann ihn mehr. Ich kann ihn mehr.